Also bei unserem Billy-Boy hat man ja schon gesehen, dass das Blind Serum nicht gerade der Play war, aber auf Nörs. Mal schauen. Es ist so dumm. Es macht mich ein bisschen aggressiv, auch das zu sehen. Schade? Junge, die hat ein Blind Serum, find ich halt crazy. Find ich halt unironisch crazy. Ich hab die eine gerade wirklich aus den Augen verloren, oder was? Okay, ein bisschen zu weit geblinkt. Haha, ich break die einfach mal. Wenn's jetzt nicht so viel Mühe gibt für mich. Junge, ich bin gerade... Aber nicht so in meinem Nörs-Modus, ne? Nicht so in meinem Nörs-Modus. Ja, okay. Wir werden Corrupt auf jeden Fall ganz ausnutzen müssen, weil ich scheiße bin gerade. Oh, ne, bester Spieler, keine Sorge. Gamer 007 nennt man mich. So, Direkt Blind Serum zurück. Basement, let's go. Let's go, Basement. Komm her, Lady. Okay. Rauf da. Kleinen Schrei ablassen. So ist das gut. So. Haha. Nein, sie hat's gecheckt. Gerallt. Gerafft. Geiut. Boah. 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 Das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Ey. Okay. Okay. Die Playte richtig gut, kommt mir vor. Ey. Wisst ihr was? Ich nutze jetzt einfach mal aus, dass die hier einfach chillen. Okay. Junge. Okay. Ein Generator gefinisht. Wow. Hab die andere leider verloren. Oh, warte mal. Ja. Oh. Okay. Ich würde natürlich gerne die bekommen, die ich gerade verletzt habe schon. Let's go. Tiger, Löwe, Bär. Roar. Okay. So. Oh. Ich hab jemanden rausgetan und ein bisschen kommt mir vor jetzt. Aber ey. Gehört dazu, I guess. Hallo. Ich bin hergebleitelt. Was passiert, wenn du Blyte und Nurse kombinierst? Na schade, ist jetzt nicht reingelaufen. Äh. Wo ist die hin? Wo ist die Lady hin? Warum lag ich hier nämlich gerade ein bisschen rum? Seht ihr das? Seht ihr das? Oh. Ja, ich will dich jetzt nicht unbedingt raustunneln. Ich geh mal für die andere. Wo ist denn die? Wo ist denn die andere? Ey, bitte zeig dich. Ich will die einen nicht raustunneln. Ja. Leute, ich geh da gleich rein und tante sie raus. Okay. Kann mir endlich wieder... Ehh. Hä. Ja, okay. Da drüben ist sie. Komm. Sie ist mit reingegangen. Also. Komm. Wir haben als Nurse im Beut. Nicht bekommen. Junge, was? Als ob? Das ist so funny. Das ist so fucking funny. Als Nurse. Was? Wir sind so fucking langsam. Wir kommen trotzdem mit. Wen juckt's? Okay. Weiter, weiter. Lady? Sie wollte mich stunnen. I can't do this anymore. Junge. Ich würd gern check zurück. Aber ich glaub, der poppt der Chat nicht. Ich glaub, der poppt so hart. Oh, die haben noch einen anderen. Ah, da poppen ein paar Generators. Junge, let's go. Nein, ich hab unabsichtlich... Den falschen... Mausbaden geklückt. Aber ja. Was wirst du tun, ne? Was wirst du tun? Ja, das Auto war im Weg. Ich muss draufschlagen. Hä, wo sind die hin schon wieder? Schwerterin. Nein, die laufen alle durch mich durch. Alle. Das war ein guter Try. Und mir auch. Man 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 Okay. Psychosen beiseite. Ich glaube nicht, dass die ins Void reingehen wird, oder? Die geht so weit rein ins Void. Nee, ich kann hier halt nicht chasen. Ich kann das, nö, was hier halt nicht chasen. Den einen Luck-Hit, den ich mal bekommen habe, kann ich jetzt nicht für garantiert nehmen. Oh man, oh man, ich glaube, die Runde wird nix. Ey, ich hätte die eine rauszahlen sollen. Warum spiele ich nicht? Dann teabaggen die mich am Gate wahrscheinlich, wie ich da... Oh gosh, okay. Egal, komm. Der Generator ist auch nicht allzu unweit. Hä? Junge, Nurse Gamer 3-3-3. Nicer stun von hier. Ja komm, ich break einfach. Ach, scheiß drauf. Was ist das für eine Runde? Komm, jetzt Sweaty. Seht ihr? Müsst du ein bisschen so machen. Bisschen mit der Maus rum. Seht ihr? Das hat Passfunktion. Oh, komm. Schade, ich habe gehofft, dass sie vielleicht zurückwollten wird, wenn sie mich blinken hört. Leider nicht. Falsch geblinkt, einfach. Falsch geblinkt, einfach. Falsch geblinkt, einfach. Okay, ja. Lassen wir's. Hello. E-Beam, Stilers. So. Okay. Jetzt müssen wir smart spielen. Wir müssen jetzt einen Kopf haben. Wir müssen jetzt irgendwie überlegen, berechnen, denken. So. Was ist das smartste Play? Was ist das smartste Play, Leute? Richtig. Blood Warden. Wie bekommen wir Blood Warden off? Richtig. Wir hooken sie jetzt hier neben dem Gate. Die anderen kommen dann und versuchen ihr zu helfen. Was sie ist, noch nicht Death Hook. Sie ist Second Hook. Die anderen wollen ihr dann helfen. So. Jetzt müssen sie erstmal denken, dass ich dumm bin. Deshalb bleite ich mich hier lang. So. Dann gehen wir für den nächsten Down. So. Dann sehen wir, dass sie hier gerescued wurde schon. Dann müssen wir verkacken. Smart. Play smart, not hard, sag ich. Ja. Löwe, Bär, Tiger. Rar. Okay, warte. Trust it. Die werden das noch bereuen. Hello, Bitches. Ladies. What's popping? Okay. Lass die einfach mal weg hier. Einfach mal weglassen. Wir holen uns hier einmal den Death Hook. Die ist voll gehealt jetzt. Müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das könnte kritisch werden. Nein. Nee, die können wir nicht bekommen. Die können wir nicht bekommen. Wir müssen auf sie hier playen. Wir müssen auf sie hier playen. Okay, wir müssen auf sie hier playen. Nein. Ich hab... Junge, ich hätte closer stehen müssen. Ich vollidiot. Hab gedacht, ich hab noch mehr. Ich hab grad voll nachgedacht. Ich hab grad... Junge, was ist das für eine Runde? Der Nurse Gamer. Oh mein Gott, was für eine peinliche Aktion am Ende. Ich war voll im Denkmodus. Oh mein Gott, ich hab nur noch ein bisschen schneller. Dann schaff ich's nicht mehr. Äh, okay. Was? Junge, das einzige, warum die überhaupt noch gewonnen haben, Moment, ist das hier. Und ich... Das ist die lustigste Kunde mit den meisten Fails und mit den lustigsten Survivoren ever. Die geben mir das jetzt auch richtig hart. Aber ich bekomme noch ein Lachfleisch. Ich muss weiter nicht vor Wiese schauen. Ich muss mal... Ich weide Tränen. Oh mein Gott. Ich weide Tränen. Leute, ich muss mich beruhigen, bevor ich die nächste Runde spiele. Das war wirklich... Das war wirklich die geilste Nurse Runde, die ich jemals hatte. Mit dem fettesten Nurse Fail, den ich jemals hatte. Mit wieder mal Toxic Mates, sag ich schon. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bin eh fertig. Ich bin fertig. Bin��, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020